sehr schön hier ist es wieder ein bisschen dunkel graben wir das hier alles weg vor allem sehr viel anders sieht haben wir irgendwie heute also bei diesem durchgang jetzt hier weiter zurück leute oder ist erde und ich sehe gerade hier ist auch an der sieht wie weit sind wir 59 das könnte für gerade noch nach oben reichen ich baue es also nicht ab so aber den andesit bauen wir ab der ist gut und wertvoll sehr schön wunderbar so jetzt noch die beiden felder dann ist der andere sit hier auch weg dann geht es hier weiter ja dann bauen wir jetzt noch hier das bisschen granit ab soweit es geht so haben wir die jurid irgendwo hier so das geht auch das war das eisen das wir abgebaut hatten genau und eigentlich zurück geht es dann eigentlich hier wieder ja passt halt mal wenn das da die decke ist dann kann das da kein vorkommen dann ist das hier ein vorkommen dann können wir es doch abbauen aber jetzt müssen wir erstmal wieder platz schaffen bei dem hier bin ich mir aber nicht so sicher aber noch ein platz für andesit ja sehr schön dieser zombie geht mir auf die nerven hier wieder herfinden wird schwer hier hatten wir auch noch das granit haben wir noch platz für granit nö granit ist voll die jurid und andesit hätten wir noch platz da bin ich auch mal nach oben da ist der fang mich doch fang mich doch ok ist gestorben sehr gut äh jetzt hätten wir hier andesit super können wir den auch noch voll machen den stapel so hab ich eigentlich irgendwann angefangen stapelkohle ja hier der ich ein oh verdammt ok passt war ich ein bisschen zu enthusiastisch hier hätten wir noch diorite ich hab ja den dem hab ich schon mal gegraben um einen stapel voll zu kriegen einer noch so gehen wir nach äh gehen wir zu einer truhe nach hause gehen wir noch nicht nach hause gehen wir noch nicht ich glaube hier runter nö ok da sind wir falsch hier ja ich weiß nicht warum dieser chunk dauernd unsichtbar ist bis wir näher kommen zumindest so auf dem weg zu einer truhe das ist auch schon recht langer weg mittlerweile eigentlich die distanz ist sehr kurz nur der weg ist lang weil wir keinen direkten weg hin haben wir müssen über einen so riesigen umweg hingehen umweg das ist ein bisschen heftig fast schon ok wir sind wieder voll haben wir irgendwas da nehmen wir die knochen mit und lassen dafür die kohle da haben wir noch irgendwas wir haben hier feuerstein wir mir bruchstein das eisen haben wir hier ja ja und jetzt sind nur noch 64 stacks da na gut das inmittag kriegen wir auch noch voll leute wegen dem da kann ich da nicht so gut springen aber ich könnte das versuchen das hat nicht funktioniert oh ich sehe gerade ich habe fast kein leben mehr und es regeneriert nicht wir sollten vielleicht mal was essen wo bin ich eigentlich hier genau so dann kommen wir nein nein da lang ein zombie und ein creeper jetzt wäre ich da fast außen umgegangen und runter gefallen schon wieder also schon wieder runter gefallen da geht es nicht weiter hier geht es weiter so dann hier und da und dann hier so rüber oder auch nicht jetzt bin ich hängen geblieben eigentlich müsste es schon von hier aus machen jetzt so ok da waren wir fertig hier geht es weiter glaube ich nein hier waren wir auch fertig aber das die erde müssten wir mitnehmen können ja die nehmen wir jetzt mit na wieso ist ich hoffe es wird weg gewesen eisen ist da aber jetzt wird die erde aufsammeln ok und noch ein bisschen anders sieht muss ich irgendwie übersehen haben und granit was denn sonst dann machen wir hier weiter leute den kriegen wir auch noch weg so da ist erde wir sind jetzt bei 64 und die erde fängt gerade erst an das ist wieder die oberfläche behaupte ich jetzt einfach mal sieht zumindest sehr stark danach aus dass es sehr linear ist und die jubi kam hier auch noch also das ist definitiv die oberfläche leute So, mal sehen, ob wir das noch wegkriegen oder ob wir da jetzt dann voll sind. Könnte noch gehen. Ja, geht noch. Machen wir hier auch noch ein Licht hin. Noch mehr Eisen, den holen wir uns gleich. Also das holen wir uns gleich, das Eisen. Oh, Angesied. Wir haben wieder was gefunden, Leute. Dafür ist das Diorit jetzt weg. Holen wir uns aber erst mal das Eisen. Und jetzt weiter beim Angesied. So, schön weg. Da ist wieder die Erde. Also allzu hoch kommen wir nicht mehr. Oh, das sieht nach einer neuen Andesied-Ader aus. Wir kommen also weiter hin, noch weiter. So, hier noch mal eine Fackel hin. Und wir sind auch fast voll, wenn das so weitergeht. Oh, das war normaler Stein. Ich höre Wasser, Leute. Das ist passt. Und das auch. So, sehr schön. Wir sind offenbar jetzt knapp unter dem Meer. Passt. War vielleicht doch noch diese Ader und wurde einfach von der Erde an der Oberfläche überschrieben. Bei der Weltgenerierung. Oder zumindest bei der Generierung dieses Chunks. Es regnet. Toll, Leute. Noch weiter geht's. Aber das geht jetzt nach unten. Das wäre toll, wenn wir jetzt dann irgendwo rauskommen, wo wir schon mal waren. Und das war's. Wir sind gleich voll. Oh, Leute. Ich höre gerade ein Flugzeug. Eine Seltenheit in dieser Zeit. Aber ich sehe es nicht. Schade. So, dann geht's hier. Oh, oh. Wir können nur noch zwei tragen. So, das war's. Also, wir sind jetzt echt voll, Leute. Wir können noch ein bisschen Annelsee tragen. Aber Granit ist auch voll. Erde würde noch ein bisschen gehen. Aber naja. Irgendwie ist es ein bisschen dunkel. Machen wir es hell. Okay. Dann wird es hier vielleicht auch hell. Hier war das mit der Erde. Äh, da oben. Das ist auch eine Erzader fällt mir gerade so auf. Aber die ist bei 66. Die geht halt hoch bis an die, äh, an die Oberfläche. Mal sehen, ob wir noch irgendwo Annelsee finden. Halt, da geht's weiter. Da ist Annelsee. Äh, Diorit. Mein ich. Annelsee sind wir ja voll. Und noch vier. So. Gehen wir nach Hause. Gehen wir mal diese mal wirklich nach Hause. Wir müssen die Truhe leeren. Hier hoch. Mittlerweile geht's mit dem Weg, Leute. Ein paar Mal gehen und schon ist er wieder drin. Schön hier hoch. Immer schön im Kreis. Dann einmal rundherum und wieder umdrehen. Und wir sind oben. Oh, jetzt bin ich hängen geblieben. Wäre ich ja fast wieder runtergefallen. Ah, Zivilisation, Leute.